Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Austromir-Mission, bei der der bislang erste und einzige Österreicher, Franz Viehböck, ins All geflogen ist, möchte ich heute gerne einen Blick auf Österreich als Raumfahrtnation werfen. Pünktlich zum Jubiläum hat das österreichische Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, zu dem auch die Abteilung für Weltraumangelegenheiten gehört, Österreichs Weltraumstrategie 2030 Plus veröffentlicht. Diese könnt ihr übrigens schon bald auf Austria in Space herunterladen. Ja, das Ministerium heißt echt so. Heute kann es etwas politisch werden. Vieles in der Raumfahrt ist leider Politik und das wollen wir nicht außen vor lassen heute. Heute schauen wir uns an, ob Österreich eine Weltraummacht ist oder werden wird, oder ob Österreich für immer nur das nervige kleine Geschwisterlein von Deutschland bleibt. Wenn dir meine Raumfahrtnachrichten gefallen, dann freue ich mich, wenn du Mars Chroniken abonnierst und dem Video einen Daumen hoch da lässt. Das hilft dem YouTube Algorithmus zu verstehen, dass Raumfahrt für alle ist. Wenn dir das nicht reicht und du mich mehr unterstützen willst, dann freue ich mich auch, wenn du mich mit einer YouTube oder Patreon Mitgliedschaft unterstützt, damit ich den Kanal immer professioneller gestalten kann. Und seit einigen Wochen gibt es auch den Mars Chroniken Merch Shop. Da habe ich coole Designs für euch. Schaut gerne mal rein. Alle Links in der Videobeschreibung unten. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrt Nachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Vorweg möchte ich eine Sache loswerden. In den meisten Belangen muss man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Ingenieurinnen und Ingenieure, die hochtalentiert sind und tolle Arbeit leisten, von Politikerinnen und Politikern trennen. Ich möchte mich auch nicht auf die Seite von Politikerinnen und Politikern schlagen. Ich sehe mich eher als den Raumfahrt Advokaten, der versucht das ideale Umfeld für eine gedeihende Weltraumbranche zu schaffen. Wir haben heute eine vollgepackte Ausgabe vor uns. Also steigen wir direkt mal in die Weltraumstrategie Österreichs ein. Ganz am Anfang ist die zuständige grüne Ministerin Leonore G. Wessler abgebildet, die sich die Arbeit an die Fahne heftet. Jedoch waren an der Erstellung dieses Papers neben der Weltraumabteilung auch die Österreichische Agentur für Luft- und Raumfahrt, kurz ALR, der Forschungsfördergesellschaft, kurz FFG und zwei Dutzend Expertinnen und Experten aus Österreich und der ganzen restlichen Welt beteiligt. Ich wage zu behaupten, dass die Ministerin selbst nicht viel mit Raumfahrt zu tun hat. Schließlich ist Weltraum einer ihrer Abteilungen in einer, ihrer vielen Ministerien. Das zeigt uns aber auch, dass die Bereiche Klimaschutz, Innovation, Technologie und Mobilität untrennbar mit dem Weltraum verbunden sind. Warum die Ministerin G. Wessler so viele Themen bekommen hat, ist ein Politikum, worauf wir heute nicht weiter eingehen werden. Man könnte einen ganzen Kanal zur österreichischen Innenpolitik gestalten. Jedenfalls haben wir jetzt eine Weltraumstrategie. Und das ist schon mal ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Aber was steht da drinnen? Zunächst gibt uns das Paper einen Überblick über den Markt. Der globale Umsatz der Weltraumwirtschaft in 2019 wird mit 366 Milliarden US-Dollar beziffert. Also jede Rakete, jeder Satellit und alles, was drum herum passiert ist, hatte einen Wert von 366 Milliarden US-Dollar. Es wird eine Morgan Stanley-Studie zitiert, die sagt, dass die globale Weltraumindustrie im Jahr 2040 einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar oder mehr erwirtschaften wird. Eine Billion sind 1000 Milliarden. Ich unterstelle Morgan Stanley jetzt mal, dass sie vermutlich etwas konservativ sind und nicht die vollen Ausmaße erfasst haben. Das kann ich nicht beweisen. Aber ich glaube, dass das vorhandene Potenzial dieses Marktes wesentlich größer ist als angegeben. Laut Morgan Stanley soll sich der Umsatz bis 2030 auf etwa 600 Milliarden US-Dollar erhöhen. Im Vergleich zu 2019 also eine Steigerung von 64% über 10 Jahre. Das sind im Jahr bloß 5% Wachstum. Bedenkt man, dass gerade eine Vielzahl von Kleinträgersystemen in den nächsten zwei Jahren zu ihren Jungfernflügen antreten und Starship ganz vielleicht dann den Markt massiv aufmischen kann, ist die Annahme schon recht konservativ. Es werden sechs Ziele und damit zusammenhängende Maßnahmen vorgestellt. Da Österreich Mitglied der Europäischen Union und der Europäischen Raumfahrtagentur ist, wird vieles davon auch in den europäischen Kontext gestellt. Eine der wichtigsten Stellen der Strategie ist meiner Meinung nach folgender Satz auf Seite 12. Damit Europa in diesem hochkompetitiven Weltraumsektor weiterhin eine wichtige Stellung einnehmen kann, bedarf es verstärkter strategischer, wirtschaftlicher und politischer Anstrengungen. Europa ist gefordert, Antworten auf den hohen Wettbewerbsdruck und Veränderungen im Weltraumsektor zu finden und sich in der Weltraumpolitik klar und stark zu positionieren. Ansonsten droht die Gefahr, an Bedeutung zu verlieren. Dass das jemand erkennt, ist schön zu hören. Für ein politisches Paper ist diese Formulierung dramatisch und eindringlich gewählt. Das entspricht einer politischen Schimpftirade. Hier wird massiver Druck auf die Privatwirtschaft und die Politik aufgebaut, weil die Autorinnen und Autoren verstanden haben, dass wir eine Kurskorrektur brauchen. Den Sektor allerdings als hochkompetitiv zu bezeichnen, finde ich allerdings schon etwas optimistisch. Alle großen Trägersysteme der letzten Jahrzehnte sind im staatlichen Klüngel aus Ineffizienz und Fett an Wirtschaft entstanden. Aber ich teile zumindest die Hoffnung, dass sich das jetzt endlich in einen ernst zu nehmenden Wettbewerb verwandelt. Österreichs Position ist seit diesem Strategie Paper nun mehr oder weniger deutlich. Raumfahrt muss für alle sein. Raumfahrt muss nachhaltig sein. Europa muss eine gewisse Unabhängigkeit von anderen Raumfahrtnationen entwickeln. Wir haben zwar eine Handvoll Astronautinnen und Astronauten in Europa, aber ohne SpaceX und Roskosmos chillen sie auch nur auf der Erde. Ich erwarte nicht, dass Österreich ein Trägersystem für bemenschte Raumfahrt baut. Das erwarte ich als Souveränitätsfrage von der europäischen Gemeinschaft. Wir haben die Talente, das Know-how und die notwendige Infrastruktur. Geld ist meiner Meinung nach im reichsten Erdteil kein Thema. Davon ist genug da. Nur muss das Geld kanalisiert werden. Zur Veranschaulichung habe ich euch ein kleines Beispiel zusammengestellt. Laut dem Paper hat die globale öffentliche Hand im Jahr 2020 82,5 Milliarden US Dollar für Raumfahrt ausgegeben. Davon war rund die Hälfte, also fast 48 Milliarden US Dollar aus den USA. In Europa haben wir nur rund 20 Milliarden US Dollar ausgegeben. Von den 48 Milliarden US Dollar kauft die USA nicht nur reichlich Satelliten für friedliche und militärische Projekte ein, 19 Stück, sondern entwickelt auch ein horrend teures Mondprogramm, bildet eine kleine Armee an Astronauten aus und betreibt eigene spannende Forschungsmissionen. Und Europa? Drei Ariane 5 Starts und zwei Vega Starts. Plus das bisschen Astronautentraining und Erdbeobachtungsmissionen. Der NASA sagt man ja schon nach, ineffizient zu sein. Aber was sagt das dann über europäische Raumfahrt aus? Ja, Geld ist nicht alles. Aber ohne Geld geht es auch nicht. Und die vergangenen Wirtschaftskrisen haben uns gezeigt, dass wenn das politische Interesse besteht, es ziemlich schnell gehen kann, dass Dutzende und Hunderte Milliarden Euro über Nacht locker gemacht werden. Um euch das noch weiter zu verdeutlichen, hier noch ein Beispiel. Dazu müsst ihr wissen, dass die Europäische Raumfahrtagentur ähnlich wie die NASA agiert. Einer ihrer Aufgaben ist es, Mitgliedsbeiträge in Form von Aufträgen in die jeweiligen Länder zurückfließen zu lassen. Für gewöhnlich kommt jeder in die ESA eingezahlte Euro zurück ins einzahlende Land. Das heißt, dass wenn ich einen Euro in die ESA einzahle, kann ich damit rechnen, dass die ESA Unternehmen oder anderen Einrichtungen in meinem Land Aufträge im Wert von einem Euro erteilt. Das sind Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Seit jeher ein völlig sinnloses Argument, das nur gut klingt und zunächst einmal gar nichts über den Nutzen dieser Arbeit aussagt. Das ist die heimische Wirtschaft, die gestärkt wird durch Wettbewerbsvorteile in der Hochtechnologie. Das ist das Ansehen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das gesteigert wird. Mit den geschaffenen Arbeitsplätzen kann sich die Politik ja schmücken. Ich habe das Gefühl, dass diese Tatsache, dass hier die Zukunft liegt, erst so nach und nach ganz langsam zur Politik durchsickert. Aber dazu gehört eben auch was Sinnvolles mit diesen Arbeitsplätzen zu machen und nicht nur, so scheint es leider häufig, hochbegabte Menschen von anderen vielleicht sinnvolleren Aufgaben abzuhalten. Aber gut, wir Österreicher zahlen pro Jahr und Person rund 5 Euro an die ESA. Die deutschen Nachbarn zahlen pro Kopf und Nase fast 11 Euro an die ESA. Wir reden von einer Beitragshöhe von 84 Millionen Euro aus Österreich. Das ist etwas so viel wie Aserbaidschan oder Nigeria und Argentinien für Raumfahrt ausgeben. Nur damit ihr die Dimensionen hier besser einschätzen könnt. Wir sprechen hier von Jahresbeiträgen, die pro Person weniger als ein Kinoticket sind. In Österreich sogar noch weniger. Etwas so viel wie ein Fast Food Burger. Wie viel Fortschritt kann man sich um dieses Geld erwarten? In Prozentangaben gibt Österreich rund 0,019% seines Bruttoinlandsprodukts für Raumfahrt aus. Unser Nachbar Deutschland zahlt 0,025% seines Bips an die ESA. Und das, obwohl Österreichs Bip pro Kopf höher ist als das von Deutschland. Die Tageszeitung der Standard hat eine Grafik der Com Austria veröffentlicht. Darin ist zu sehen, dass die österreichische Regierung im Jahr 2020 47,5 Millionen Euro nur für Zeitungsinserate und Selbstbeweihräucherung ausgegeben hat. Damit ihr die Verhältnismäßigkeit seht. Unsere deutschen Nachbarn sind rund 10 Mal so groß und haben im gleichen Zeitraum 150 Millionen Euro für Werbung ausgegeben. Wer gute Arbeit leistet, muss keine Inserate schalten. Die Presse wird schon darüber berichten. Nur wer nichts vorzuweisen hat, muss bezahlte Inserate schalten. Also gibt die zweite österreichische Republik doppelt so viel Geld für Raumfahrt aus wie für Zeitungsinserate. Ich habe mit einem Experten gesprochen, den ich nicht namentlich nennen werde. Er hat mir versichert, dass ein ÖVP Finanzminister unter einem ÖVP Kanzler einer grünen Ministerin niemals den Erfolg gönnen wird, dass sie zusätzliches Budget genehmigt bekommt, um nachhaltige Arbeitsplätze in der Raumfahrt zu schaffen. Jede Partei versucht den anderen die Erfolge wegzunehmen, um sie dann selbst zu verbuchen. So werden wir nicht weit kommen. Ich finde das ist Verrat am Volk, wenn Politikerinnen und Politiker ihre parteipolitische Karriere vor das Wohlergehen des Landes stellen. Denn eine derartige Scharade hilft der einen Partei vielleicht dabei, einen politischen Erfolg zu verbuchen. Kostet aber dem Land gleich einmal Jahre an Fortschritt und Innovation. Ich weiß auch, dass das eigentlich Standardvorgehen in quasi allen Bereichen der Politik ist. Leider. Aber dieser Bereich betrifft nun mal mein Interessensgebiet. Deswegen rege ich mich da besonders auf. Ich habe gleich mit der düsteren Seite der österreichischen Raumfahrtpolitik begonnen. Schauen wir uns einmal an, was für Erfolge die Zweite Republik denn zu verbuchen hat. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass Österreich das 30 jährige Jubiläum der Austromir Mission feiert. Das war eine sowjetische Mission 1991, bei der der österreichische Kosmonaut Franz Fieberg zur damals sowjetischen Raumstation Mir geflogen ist. So sehr ich ein Fan von Franz Fieberg bin, so sehr glaube ich auch, dass das eher ein Armutszeichen ist, dass wir bislang nur einen richtigen Astronauten haben. Das ist aber noch lange nicht alles, was Österreich in der Raumfahrt erreicht hat. Einige von euch werden den Namen Josef Aschbacher schon einmal gehört haben. Das ist jener Österreicher, welcher an der Spitze der europäischen Raumfahrtagentur ESA sitzt. Und das ist richtig cool. Meiner Meinung nach ist er die Person, die die ESA gebraucht hat. Ich finde Josef Aschbacher bringt die nötige Dynamik in die ESA. Und vielleicht bin ich da etwas voreingenommen, aber seitdem er ESA Generaldirektor ist, hat sich die Präsenz der ESA in der Öffentlichkeit verbessert. Genau das braucht die Raumfahrt. Jemand, der mit Herzblut dabei ist und versteht, dass viel von der öffentlichen Unterstützung abhängt. Wenn man die Bevölkerung für gewisse Themen begeistern kann, dann schafft man eine Dynamik, die zur Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung führt. Somit kann die Politik eines Landes mehr Ressourcen in die Raumfahrt stecken. So, wir haben einen Kosmonauten und einen ESA Generaldirektor hervorgebracht. Das ist aber noch lange nicht alles. Jetzt wird es richtig spannend. Beim Mensch der Raumfahrt wird in Österreich vermutlich niemals wirklich großen Schwung bekommen. Dafür kommt jede Menge hervorragende Technik aus Österreich. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Einer der coolsten österreichischen Raumfahrtunternehmen ist meiner Meinung nach EnPalsgen. Sie sind ein Spin-Off von Votek, einer ebenfalls österreichischen Forschungseinrichtung, die ich besucht habe. Dazu wird eine eigene Ausgabe kommen, wo ich sowohl Votek als auch EnPalsgen vorstellen werde. Hier mal ein kleiner Überblick über EnPalsgen. Im Rahmen des österreichischen Weltraumprogramms haben sie ein Ionentriebwerk für Satelliten entwickelt, welches besonders effizient und leicht ist. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Field Emission Electric Propulsion, kurz FEEP. Zu Deutsch handelt es sich um die erste elektrische Feld Emissions Antriebs Technologie. Das Triebwerk besteht im Grunde aus vielen kleinen Nadeln, deren Spitzen dünner als menschliche Haare sind und sie haben Hohlräume. Es wird mit Indium angetrieben. Das Indium wird mit Hilfe von Solarenergie geschmolzen, sodass sich die Hohlräume in den Nadeln wie ein Kerzendort damit ansaugen können, sobald der Betrieb aufgenommen ist. Indium hat den Vorteil, dass es recht reaktionsschwach ist. Das macht es zu einem begehrten Triebwerk, da niemand wirklich gerne chemische Treibstoffe in seinen Satelliten einbaut. Ganz einfach aus dem Grund, dass chemische Antriebe immer eine Gefahr darstellen. Indium ist ein sehr weiches Metall, das äußerlich Silber ähnelt und nicht besonders teuer ist. In FEEP genutzt, erreicht es einen spezifischen Impuls von bis zu 6000 Sekunden. Das ist mehr als das zwölffache dessen, was moderne Wasserstofftriebwerke leisten. Bedenkt man die exponentielle Natur eines höheren spezifischen Impulses, heißt das, der Vorteil ist in einigen Situationen allerdings noch mal größer. Mit vollem Schub schafft es das Triebwerk ungefähr ein halbes Jahr durchzufeuern. Aufgeteilt auf einzelne Manöver, so wie es üblich ist für Satelliten, kann ein einziges derartiges Triebwerk Satelliten über viele Jahre verlässlich mit einem Antrieb versorgen. Zwar erzeugt das Triebwerk recht wenig Schub, aber einmal im Orbit hat man die Zeit, um Geschwindigkeit aufzubauen. Die Antriebe haben einen Schub von 10 bis 1350 MikroNewton. Impulgen Nano, so heißen die Triebwerke, sind modular. Das heißt, es ist klein genug, dass Nanosatelliten darauf zurückgreifen. Aber man kann es auch als individuelles Triebwerk oder als Vierfachtriebwerk clustern. Damit ist es auch als Antrieb für größere Satelliten und längere Missionen interessant. Impulgen hat bereits rund 100 Triebwerke in verschiedenen Satelliten im Orbit. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass die Firma noch sehr jung ist. Erst 2016 gegründet und schon ein dominanter Player auf dem internationalen Raumfahrtparkett. Da kann sich Blue Origin einer Scheibe von abschneiden. Stellt sich noch die Frage, wie oder warum die Indium-Ionen Schub erzeugen können. Ganz einfach. Solarzellen an den Außenwänden des Triebwerks erzeugen Strom aus Sonnenenergie und ionisieren die Indium-Moleküle, sodass sie am Spitzenende der einzelnen Nadeln hinausgeschossen werden. Das ist natürlich stark vereinfacht, aber so kann man sich ungefähr vorstellen, wie diese Triebwerke funktionieren. Ich darf demnächst einmal bei Entpalschen im Wiener Neustadt vorbeischauen. Dann weiß ich mehr über dieses bahnbrechende Triebwerk und werde euch mehr darüber erzählen. Vielleicht bekommen wir ja auch noch den einen oder anderen Kommentar von Entpalschen. Wenn dir die heutige Ausgabe gefällt, dann lass dem Video einen Daumen hoch da, damit der Algorithmus versteht, was die österreichische Raumfahrtstrategie vermitteln will. Raumfahrt ist für alle. Und abonniere gerne Mars Chroniken, wenn du schon dabei bist. Für die, die nicht genug bekommen können, habe ich auch Twitter, Instagram und TikTok. Dort versorge ich euch mit kleinen Häppchen Raumfahrt für unterwegs. Alle Links in der Videobeschreibung unten. So, schauen wir mal, was Österreich sonst noch so getrieben hat im letzten halben Jahrhundert. Bevor wir zu den zahlreichen internationalen Beteiligungen Österreichs kommen, möchte ich noch schauen, wie der Standort Österreich gestaltet ist. Das folgende ist sehr wichtig für das, was am Ende kommt. Daher gut aufgepasst. Zunächst befindet sich die UNOSA, das Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfragen in Wien. Diese Einrichtung sitzt seit 1992 im Vienna International Center und hat die Aufgabe, die internationale Kooperation zur friedlichen Nutzung des Weltraums zu fördern. Ich muss ehrlich gestehen, davon hatte ich bis zu meiner Recherche zu dieser Ausgabe noch nie etwas gehört. Vermutlich wäre das die Behörde, die zur Verantwortung gezogen wird, wenn wir Kontakt zu außerirdischem Leben aufnehmen. Wenn ihr Elon Musk nicht zuvor kommt. Aber hauptsächlich besteht ihre Aufgabe darin, alle ins Weltall gelangten Objekte seit 1976 zu katalogisieren. Diese Liste heißt Online Index of Objects Launched into Outer Space, kurz OSO und ist ein wichtiges Instrument zur Ermittlung der Weltraumhaftung. Darüber hinaus beschäftigt sich die UNOSA mit Weltraumrecht und sie verwaltet das 1971 gegründete Programme on Space Applications. Sie hat auch zahlreiche andere Bereiche, um die sie sich kümmert. Darunter Jugend und Öffentlichkeitsarbeit. Teil der UNOSA ist auch COPURS, das Comedy on the Peaceful Uses of Outer Space, das am schnellsten wachsende Organ der Vereinten Nationen mit aktuell 95 Mitgliedstaaten. Ohne COPURS wäre das Space Race zwischen den USA und der UdSSR vermutlich nicht friedlich geblieben, sofern man den Kalten Krieg und die Stellvertreterkriege friedlich nennen kann. Auch das Europäische Institut für Weltraumpolitik, kurz ESPI, hat ihren Hauptsitz in Wien. ESPI ist eine von der ESA und der österreichischen Weltraumagentur ALR initiierte Denkfabrik zur Weltraumpolitik. Ihr Auftrag besteht darin, wissenschaftliche Studien zu strategischen Weltraumfragen zu verfassen. Ihre Diskussionen und eingeholten Fachmeinungen sollen die Basis für die mittel- bis langfristige Weltraumpolitik bilden. Dann haben wir noch das EODC, das Earth Observation Data Center, eine öffentlich-private Partnerschaft mit Hauptsitz in Wien. Ihre Mission ist es, große Datenmengen von Erdbeobachtungssatelliten zu speichern und zu analysieren. Und hier kommen wir zu den herausragenden Stärken Österreichs. Als kleines Land macht es vielleicht jetzt noch nicht viel Sinn, an einer eigenen Rakete zu arbeiten. Obwohl das auch kein Ding der Unmachbarkeit wäre. Aber sagen wir mal, wir sind zu klein dafür. Wir sind aber als hochtechnologisierter Standort der perfekte Platz für den Weltraum-Downstream-Sektor. Downstream bezeichnet alles, was aus dem Weltraum zurück auf die Erde geliefert wird. Sprich, die großen Datenmengen, die Satelliten zurück zur Erde schicken, müssen so aufbereitet werden, dass sie der Gesellschaft einen Nutzen bringen. Dazu gehört der Katastrophenschutz und die Bereitstellung der Daten für Unternehmen, die eine Geschäftsidee haben. Teil davon ist die Entwicklung von Datenbanken und Algorithmen, die diese Daten richtig aufbereiten. Um den Rahmen nicht zu sprengen, kommen jetzt einige österreichische Raumfahrtplayer im Schnelldurchlauf. Über die meisten von ihnen werde ich noch eigene Ausgaben produzieren. Ein großer österreichischer Old Space Player im Upstream ist die RUAG. Sie stellen unter anderem die Nutzlastverkleidungen für die Ariane 5 und Atlas 5 Raketen her. Ich darf die RUAG auch besuchen und werde dann eine eigene Ausgabe zur RUAG produzieren. Denn sie machen so viel mehr als nur Nutzlastverkleidungen. Für das James Webb Weltraumteleskop lieferte RUAG Space aus Wien zwei hochpräzise Mechanismen für das Superauge namens Nearspec, eines der drei Hauptinstrumente des Teleskops. Und sie versorgen OneWeb mit Hitzeschutz. OneWeb ist eine britische Internet-Satelliten-Konstellation, ähnlich wie Starlink. Also richtig cooles Zeug, das sie da machen. Ich freue mich schon riesig auf meinen Besuch bei der RUAG. Dann möchte ich euch noch Peak Technology vorstellen, die die Tanks für folgende Raumfahrzeuge herstellt. Die Vega Rakete, die Ariane Rakete und die Galileo Satelliten. Zu Peak habe ich noch keinen direkten Kontakt aufgenommen, aber das ist auch schon in Arbeit. Österreich ist besonders stark, wenn es um Forschung geht. Das Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist weltweit führend im Bereich Magnetometer. Ich war vor einigen Wochen spontan vor Ort und durfte mal in ihrer Arbeit hineinschnuppern. Ich fange heute gar nicht erst an, sondern sage euch gleich, dass das Institut für Weltraumforschung eine eigene Ausgabe verdient hat. Oder was sagt ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Kommen wir zurück zur Weltraumstrategie. Auf der Seite 17 werden einige Schlüsselfragen gestellt. Darunter folgende sehr wichtige Frage. Wie bringt man Akteurinnen und Akteure aus anderen Sektoren in den Weltraumbereich? Und wie kann man die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Bereichen stärken? Hervorragende Fragestellung. Denn Raumfahrt ist hart. Und dafür braucht es oft Risikokapital, welches die Industriellen zuhauf haben. Aber solange es keinen Anreiz gibt, werden nicht viele investieren. Es ist meiner Meinung nach wichtig, als österreichischer Standort, in die Herstellung von Mikrochips zu investieren. Es wird immer wichtiger werden, in ernstzunehmende Robotikunternehmen zu investieren. Und zu guter Letzt ist es für Österreichs Weltraumsektor von unfassbarer Wichtigkeit in künstliche Intelligenz und Quantencomputing zu investieren. Diese Punkte ergänzen sich alle super. Und im Bereich Quantencomputing investiert Österreich schon seit 2006 Ressourcen. Infineon Austria, die Uni Innsbruck und das Joanneum Research in Graz arbeiten an einem Ionenbasierten Prozessor mit integrierten Optiken. Das heißt im Klartext, Ziel ist es, mit den Forschungen die Basis zu liefern, um hundert und mehr Qubits miteinander verschränken zu können. Damit werden Rechenaufgaben lösbar, an denen die besten Supercomputer heute noch scheitern. Ja, wir stehen tatsächlich am Rande der sogenannten Quantensupremacy. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Wir müssen uns auch dominanter im Bereich Cybersecurity positionieren. Wir haben die Infrastruktur und die Talente. Wir müssen nur ein wenig mehr fördern. Ich hatte schon darüber geredet, dass Österreichs Ansehen im wissenschaftlichen Bereich echt gut ist. Aber es geht mehr. Daher ist auch Teil der Weltraumstrategie eine Stiftungsprofessur zu schaffen. Also kann man hoffentlich schon bald in Wien Weltraumwissenschaften in der einen oder anderen Form studieren. Es gibt das Masterstudium Space Sciences and Earth from Space auf der TU Graz. Und man kann einzelne Module auf der TU Wien besuchen. Aber das ist alles kein richtiges Luft- und Raumfahrtstudium. Man kann Astronomie und Astrophysik studieren. Man kann Maschinenbau und Elektroingenieurswissenschaften studieren. Aber es gibt kein Studium, welches diese Disziplinen wirklich vereint. Bereits zum achten Mal veranstaltet das österreichische Weltraumforum eine analoge Mars-Mission. Dieses Mal ist es in der israelischen Negev Wüste. Hier werden vor allem die menschlichen Faktoren auf den Prüfstand gestellt. Seit Anfang Oktober befinden sich die Analog-Astronautinnen und Analog-Astronauten in ihren Habitaten und führen Experimente durch. Dabei werden sie aus dem Mission Support Center in Innsbruck unterstützt. Dazu durfte ich vor kurzem Olivia Haider vom ÖWF bei mir begrüßen. Wen die Mars-Analog-Missionen interessieren, dem kann ich dieses Gespräch hier in der Infobox stark empfehlen. Ich wollte das Mission Support Center in Innsbruck unbedingt besuchen. Aber das geht sich leider vorne und hinten nicht aus. Aber ich werde auf jeden Fall nach Abschluss der Mission Ende Oktober Olivia Haider wieder einladen, mit mir die Mission zu debriefen. Bei der AMA-D 20 Mission wird auch ein studentisches Projekt auf die Probe gestellt. Das Projekt heißt Tumbleweed und soll später mal auf der Mars-Oberfläche in großen Stückzahlen herumrollen und die Oberfläche kartografieren und erkunden. Tumbleweed hat als einzigen Antrieb Segel in der Mitte der Kugel. Das heißt es kommt dorthin, wo der Wind es hintreibt. Aber so kann es unglaubliche Strecken zurücklegen und ist ständig auf der Suche nach Wasser, wie das natürliche Original. Es wird noch mit einigen Sensoren und Kameras ausgestattet sein, so dass es leicht bleibt. Ich finde das Projekt richtig cool und innovativ. Und wenn wir schon bei studentischen Projekten sind. Man kann zwar auf der Uni Wien oder der TU Wien nicht Luft- und Raumfahrt studieren, aber es gibt eine Gruppe von hochtalentierten TU und Uni Wien Studentinnen und Studenten, die das TU Wien Space Team gegründet haben. Das sind Menschen, die das aus Überzeugung machen. Ich durfte sie schon besuchen und ihre tolle Arbeit bewundern. Erst vor kurzem haben sie ein Hotfire mit ihrem selbst entwickelten Raketentriebwerk veranstaltet. Diese Jungs und Mädels sind genau das, was SpaceX sucht und braucht. Sie machen das alles, ohne dass sie auch nur ein ECTS dafür bekommen. Ihnen ist bewusst, dass Raumfahrt die Zukunft ist und ihre Arbeit ist unglaublich. Ich werde euch sowohl über Tumbleweed, als auch über die Fortschritte beim TU Wien Space Team auf dem Laufenden halten. Ich möchte euch einige Bilder zeigen, die illustrieren, wie weit das TU Wien Space Team mit dem Bau ihres Triebwerks und Teststands ist. Hier sieht man den ersten Hotfire Test. Ein Triebwerkstest des TU Wien Space Teams mit Flüssigsauerstoff als Oxidator, bei dem auch gezündet wird. Hier handelt es sich um ein kleines Testtriebwerk als Entwicklungsvorstufe zu größeren Engines. Bis auf eine undichte Stelle bei der Zünderkabelführung, das erkennen wir am Pfeifen während des Betriebs und an der seitlichen Stichflamme am Ende des Tests, verlief der Test erfolgreich. Schön sieht man im Abgasstrahl die Machtdiamanten. Leuchteffekte, die bei überschaltschnellen Gasströmungen auftreten. Würde dich interessieren, warum und wie diese Machtdiamanten entstehen? Schreibe es mir in die Kommentare. Und seit einer Woche gibt es auch das WU Wien Space Team, also das Space Team der Wirtschaftsuniversität in Wien. Ihr findet alle Links in der Videobeschreibung unten. Ich denke mal, die österreichische Raumfahrtindustrie hat trotz einer bislang recht verschlafenen Weltraumpolitik viel geschafft und sich in eine gute Ausgangsposition gebracht. Wenn jetzt noch die politischen Parameter angepasst werden, dann steht einer blühenden österreichischen Raumfahrtindustrie nichts mehr im Wege. Diesbezüglich hat das österreichische Weltraumministerium eine neue Ausschreibung im Rahmen des Austria Space Applications Program, kurz ASAP veröffentlicht. Hier werden drei primäre Ziele verfolgt. 1. Einen gesellschaftlichen Nutzen stiften. 2. Industrielle Wettbewerbsfähigkeit und ökonomische Effekte sicherstellen. 3. Wissenschaftliche Wirkung entfalten. Hierbei sollen Projekte gefördert werden, die sich auf einen dieser vier Schwerpunkte beziehen. Klimaschutz, Anwendung von satellitengestützten Technologien, Weltraumforschung und Wissenschaft und Technologien für die Raumfahrt. In diesem Rahmen stehen 10,6 Millionen Euro zur Verfügung. 4 Millionen davon sind für den Klimaschutz reserviert. Erstmalig wurde auch ein Leitprojekt ausgeschrieben. Es soll durch gezielte Verwendung der Kopernikus Daten ein System zur Treibhausgasüberwachung und Bilanzierung entwickelt werden. Die Entscheidung wird bis April 2022 gefällt sein. Richtig cool. Wenn ihr da österreichischen Raumfahrt weiterhin auf der Spur bleiben wollt, dann unbedingt Mars Chroniken abonnieren. Aber auch immer wieder Austria in Space die Website des Weltraumministeriums besuchen und ihren Social Media Kanäle folgen. Austria in Space ist der Anlaufpunkt für alles, was mit Österreich und Weltraum zu tun hat. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung unten. Und jetzt muss ich meinen Senf hier noch dazugeben. So löblich die ganze Aktion ist, denke ich, dass die paar Millionen Euro nicht genug Hingabe signalisieren. Wir müssen es unbedingt schaffen, einen staatlichen Fonds einzurichten, der jährlich mehrere Projekte mit höherem Kapitalbedarf fördert. Einfach weniger Inserate schalten, liebe Bundesregierung. Dann bleibt mehr Geld für die Zukunft unseres Landes. Zum Beispiel wächst gerade eine begeisterte Generation von Ingenieurinnen und Ingenieuren des TU Wien Space Teams heran, die vielleicht wirklich einmal eine marktreife Trägerrakete bauen möchten. Wir müssen aufhören, immer nur bis zur nächsten Wahl zu denken. Ähnlich wie es Thomas Jatzombek, der ehemalige Koordinator für Luft- und Raumfahrt der deutschen Bundesregierung getan hat. Sein Konzept zur Förderung von Startups sagt, man ist als öffentliche Hand gewillt bis zu 50% beizutragen, wenn sich für die andere Hälfte private Investoren finden. Denn so kann sich die fördernde Stelle absichern, dass hinter der zu fördernden Idee auch ein funktionierender Businessplan steckt. Beide Seiten haben Vorteile, von denen die jeweils andere Seite profitiert. Natürlich gibt es da Deckelungen und andere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, aber das ist doch schon mal ein guter Ansatz, um ein Startup freundliches Umfeld zu schaffen. Ich werde die Lage genau beobachten. Wenn die Ministerin Gewessler einen Antrag auf 1 Milliarde Euro für Raumfahrt und die Universitäten bzw. Fachhochschulen einbringt und der Finanzminister gönnt nicht, dann weiß ich, dass es ein abgekartetes Spiel ist. Denn alle würden davon profitieren. Sogar der ÖVP Finanzminister könnte sich damit schmücken, für hunderte oder sogar tausende nachhaltige Arbeitsplätze mitverantwortlich zu sein. Und da können wir schon jetzt anfangen, die wenigen Arbeitsplätze in diesem Bereich zu maximaler Produktivität zu bringen. Das hilft vielleicht auch zusätzliches Geld in den Bereich zu locken. Aber so einfach ist Politik leider nicht. Und eine Milliarde aus dem österreichischen Haushalt ist auch in weiter Ferne. Ziel sollte es sein, zumindest ein halbes Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Raumfahrt zu stecken. Das entspräche aus heutiger Sicht etwa 2 Milliarden Euro. Zur Erinnerung, wir sind bei unter 100 Millionen Euro. Das ist weniger als ein Zwanzigstel von dem, was ich glaube, dass sinnvoll wäre. Warum ausgerechnet ein halbes Prozent? Nun, so viel geben wir ungefähr für militärische Angelegenheiten aus. Und wir können als neutrales, fortschrittliches Land doch nicht mehr für Militär als für Raumfahrt ausgeben. Es geht hier nicht darum, gratis Geld zu verteilen. Der Weltraum ist für alle da. Es ist kein Spielplatz für Milliardäre. Natürlich haben die reichsten Menschen der Welt viel Geld in diesen Bereich investiert. Aber das ist, weil sie auch verstanden haben, dass hier die Zukunft liegt. Der Weltraum ist wahrhaftig für alle da. Wir alle genießen ständig und überall die Vorteile, die uns die Weltraumtechnik ermöglicht. Wir haben alle ein Smartphone, nutzen Satellitendaten für Navigation, Telekommunikation, Fernsehen, Internet und vieles mehr, ohne darüber nachzudenken. Was ist deine Meinung zur österreichischen Raumfahrt? Wird Österreich zum europäischen Silicon Valley der Raumfahrt? Oder werden wir für immer Deutschlands unfreundliches, kleines Geschwisterlein bleiben, den alle mit Australien verwechseln? Schreib es mir in die Kommentare. So und jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei allen meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Ein besonderer Dank geht an meine neuesten Patrons Christian und Dominik. Danke euch allen. Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal immer professioneller betreiben kann. Auch ein herzliches Dankeschön geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Weltraumministeriums für die tolle Zusammenarbeit und Hilfe bei der Recherche. Und in der letzten Ausgabe habe ich vergessen, Aeneas für die tolle Zusammenarbeit beim Delta 4 Heavy Projekt zu bedanken. Ohne dich wäre die Ausgabe zu Delta 4 Heavy niemals möglich gewesen. Danke dir! Und noch ein Dank geht an Aeneas für deinen Senf zu dieser Ausgabe. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Raumschiff geholt. Vardar möchte sich mehr mit diesem Nischenthema befassen, da sie Raumfahrt auch als ein sehr wichtiges Thema empfinden. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den Themen Nachhaltigkeit, Lifestyle, Technik, Musik und vieles vieles mehr. Es gibt laufend Gutscheine, Gewinnspiele und zahlreiche andere coole Beiträge. Also schau gerne mal rein! So meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars!